Applaus Grüezi, mein Name ist Eiter von der Tambourfabrik und die Rommelschlagsteine am Lautersee. Wir fabrizieren die jungen Tambourchen in der Qualität, in der Größe und produzieren direkt an die Fabrik. Wir haben die jungen Tambourchen gewaschen, geföhnen und viele Aufträge angelegt. Hier können Sie die Qualitäten Ihres Instrumenten aussuchen. So schauen, wie die Rommels gestärkt oder repariert wird. Auch den Schreckmeister können Sie für uns selbst bestimmen. Schon an 280 Franken gibt es bei unseren 1A Kalbsfäule von Totentieren. Hättsgrad dünn, durchmessen 40-43 cm. Hier wird dieses Material gemagert. Das ist einer von unseren Ausbildungsräumen. Wenn Sie sich bei den Forderstil nachmelden, können Sie gleich dabei sein. Und so haben wir diese neue Tambourchen ausgebildet werden. Wir freuen uns auf Ihren Suchen in der Trommelfabrik von Trommelschul Steiner am Lautersee. Greensboro Steiner am Lautersee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020